Willkommen zurück zu Keep Talking and Do Everything Very Quickly. Wir machen wieder One with Everything. Jetzt weiß ich, welche reinfolglich Sachen machen sollte. Und ich beile mich und Josche beilt sich auch und jetzt schaffen wir das. Sag Hallo nochmal. Hallo nochmal. Sehr gut. Okay, wir fangen an mit Symbolen. Symbolen, ja. Omega, Kronleuchter, Raute und Euro. Euro, Kronleuchter... War falsch. Nein, warte. Euro, Raute, Kronleuchter... Wir machen das nochmal von vorne, ja? Okay. Soweit man Strike hat, läuft die Zeit nämlich ein bisschen schneller und deswegen fangen wir lieber von vorne an. Okay. Okay, das Keypad. Die Symbole, die ich habe, sind... Kronleuchter, AE, Omega und N mit schrägem Strich. Okay, dann drückst du jetzt... AE, Kronleuchter, N und dann... Ja, 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 roter Knopf mit Hold. Roter Knopf mit Hold. Ja. Keine Batterien. Okay, keine Batterien. Gerückt halten, gerückt machen... Ne, loslassen direkt. Zu spät. Ich habe schon gerückt gehalten. Sechs Kabel. Aber wenn wir von vorne anfangen, wir fangen von vorne an. Ja. Wir fangen auch von vorne an. Um. Weil, wenn wir direkt am Anfang Fehler machen, bei den einfachen Sachen... Vergiss das. Wie wär's, wenn du mit den schweren anfängst? Ne, wir fangen mit den leichten Sachen an. Normale Kabel. Vier Kabel. Zwei weiße, ein rotes, ein gelbes. Mehr, letzte gelb? Ja. Okay, äh... Ein blaues? Nein, kein blaues. Mehr als ein gelbes? Nein. Das letzte... Äh, das zweite. Richtig. Äh, Knopf. Blau Abort. Blau Abort. Ja. Halten und... Rot. Farbe. Was? Rot? Ja. Eins. Okay. Ähm... Simon says blau blinkt und ich habe... Ich habe... Äh... Kein Vokal. Kein? Kein. Dann gelb. Okay. Es blinkt. Blau. Blau. Gelb, gelb. Oben steht eine Eins. Man guckt ja schon mal. Oben steht eine Eins. Ja, ähm... Zweite Position. Okay, da steht eine Eins drauf. Oben steht wieder eine Eins. Knopf mit Aufschrift vier. Okay, das ist die zweite Position. Ja. Oben steht eine Drei. Dritte Position. Okay, das ist eine Zwei. Ja. Oben steht eine Vier. Äh, selbe Position wie in Stufe Zwei. Was ist das? Zweite Position. Okay, das ist eine Drei drauf. Und oben ist die letzte Zahl, eine Zwei. Ähm, Aufschrift wie in Stufe Zwei. Das war? Vier. Okay, richtig. Vier Symbole. TB, umgedrehtes Fragezeichen, P nach links und Oktopus. P nach links, TB, umgedrehtes Fragezeichen. Nee, warte. P nach links, TB, Oktopus, umgedrehtes Fragezeichen. Okay, oben steht No. Ja. Ja. Ähm, unten rechts. You are mit Apostroph. You are mit Apostroph. You, you are mit Apostroph. You, 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 you. You war richtig. Oben steht Says mit S hinten. Also S, A, Y, S. Says, ähm, unten rechts. No. Blank, U, H, H, H. Blank, 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 blank. Oben steht Weed. R, E, A, D. Read, Mitte rechts. Mitte rechts. U, H, U, H. U, H, U, H. U, R. U, 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 U. Okay, okay, äh, komplizierte Kabel. Ja. Rot und leuchtet. Rot und leuchtet. Äh, mehr als zwei Batterien oder zwei? Mehr als zwei. Okay, okay, wir haben schon gelöst. Ähm, Passwort. Ja. Z, U, G, S, J, P. Z, U, G, S, J, P. Z gibt's nicht. E, 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 R. Was? Kein E. R, nein, R ist nicht. E hab ich gesagt. Okay, ja, egal, mal weiter. R, hast du einen zweiten? Nein, das geht nicht. Okay, ähm, geht ein M als zweites? Nein, kein M, nur ein N. Ein O. Auch nicht. Ein P. Ja. Ein E als drittes? Ja. Ein... Welches Wort? Spell. Spell. Äh, ja, das geht. Okay. Okay, A, B, C Kabel. Rot zu A. Ja, warte, ich muss glaube ich hochscrollen. Ich denke, es ist nah dran, egal. Rot zu A. Ja. Äh, nicht drin. Rot zu A, noch mal. Nicht drin. Okay. Rot zu B. Nicht drin. Blau zu C. Nicht drin. Wow, noch gar nichts drin hier. Blau zu A. Trenn. Wow. Äh, schwarz zu B. Trenn. Okay, schwarz zu B noch mal. Nicht drin. Okay. Blau zu B. Äh, trenn. Blau zu B noch mal. Nicht drin. Rot zu C. Rot zu C. Trenn. Okay. Labyrinth. Ja. Ich, äh, ganz oben dritter von rechts. Und dritter von links, dritter von unten. Sind die beiden grünen. Ganz oben dritter von rechts. Ja. Und ich, ich bin zweiter von unten, dritter von links. Zweiter von unten. Dritter von links. Ja. Mein Ziel ist, äh, vierter von oben, zweiter von rechts. Vierter von oben, zweiter von rechts. Ja. Okay, ja. Ein hoch. Ja. Links. Hoch. Rechts. Rechts. Runter. Okay, es war es schon. Ist du drauf? Ja. Mose Code. Ja. Ich muss auf die Pause warten, leider. Es war immer noch nicht die Pause. Das ist, nein, es ist, nein, es war auch nicht die Pause. Das war die Pause, okay. Kurz, 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 neues Wort. Lang. Lang, neues Wort. Kurz, kurz, neues Wort. Lang, kurz, okay. Ähm, kurz, kurz, kurz. Ist ein S. Einmal lang ist ein T. Punkt, Punkt. Was ist Punkt, Punkt? Ein I. S-T-I, 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 3, 5, 9, 2. 3, 5, 9, 2? Ja. Richtig, wir haben es geschafft. Zwölf Sekunden noch. Oh, scheiße, ey. Oh, das war gar nicht knapp. Habe ich immerhin besser die Reihenfolge gemacht? Ja, auf jeden Fall. Okay. Man musste nicht bei jedem von oben nach unten wieder. Ja, wusste ich halt da nicht. Ich habe einfach das genommen, was nebeneinander war. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Das habe ich... Ja. Und da ich jetzt einen Achievement bekomme, war das jetzt sicher, das hatten wir früher nicht geschafft. Ja. Wuhu, haben wir noch zwei? Wie viel Zeit waren das? Sechs Minuten eigentlich nur, ne? Zwölf Minuten. Wir haben noch siebeneinhalb Minuten. Okay. Pick up the pace 4. Gotta go fast. 4 Module in einem... Hm? Gotta go fast. Hab ich gesagt. Fannik. Äh, vier Module in einer Minute zwanzig. Ja, kiki. Ja. Und jetzt beeil dich wieder, weil sonst verkacken wir sofort. Okay. Okay, jetzt erst mal sehe ich... Bin noch bei Mausokaut. Oh, Mausokaut haben wir nicht. Äh, vier Symbole. Okay. XI, drei, was unten fehlt, nicht ausgemalter Stern und W mit Auge. W mit Auge, XI, drei und ein nicht ausgemalter Stern. Okay, normale Kabel. Sechs Stück. Zwei blaue, zwei weiße, ein rotes, ein schwarzes. Letzte Ziffer ungerade? Nein. Okay. Ähm. Rotes gab's, ne? Das vierte Kabel durchtrennt. Ja. Okay. A, B, C Kabel. Ja. Blau zu C. Blau zu C. Nicht drin. Blau zu A. Ähm. Trenn. Kommt noch Zeit. Schwarz zu A. Äh, trenn. Schwarz zu A nochmal. Trenn. Die Musik ist so episch. Äh, schwarze B. Trenn. Schwarz zu B. Nicht trenn. Schwarz zu C. Nicht trenn. Schwarz zu A. Nicht trenn. Blau zu C. Ne, nicht trenn. Okay, das war's. Komplizierte Kabel. Äh, äh, äh. Ich bin explodiert. Wir hatten noch fünf Sekunden. Ich hab einfach die durchgeschnitten, die ich kannte. Und dann hat wohl noch eins mehr gefehlt. Und dann hab ich geraten. Also wir haben, die sind explodiert. Wir durften keine Fehler machen. Fünf Sekunden waren noch. Oh, kacke ey. Okay, das schaffen wir aber. Ein bisschen schneller nur und dann... Komplizierte Kabel fangen wir gleich an. Dann müsstest du ja gerade sein. Bin ich auch gerade. Äh, blau-rot. Blau-rot, äh... Hättest du die Siffer der Seriennummer? Oh Gott, drei. Äh, nicht trenn. Okay, rot. Stern. Okay, das soll durchschneiden, ne? Blau-rot und Stern. Blau-rot und Stern. Ja. Das muss ich eigentlich durchschneiden, weil es sonst nicht geht. Ne, das muss ich durchschneiden. Äh, rot zu B. Musste sein. Rot zu B. Rot zu B. Äh, rot zu B, nicht trenn. Blau zu C. Äh, nicht trenn. Schwarz zu A. Trenn. Äh, rot zu C. Nicht trenn. Schwarz zu B. Nicht trenn. Schwarz B. Trenn. Schwarz A. Trenn. Blau A. Äh, blau C meine ich. Blau C. Blau C? Trenn. Blau C nochmal. Nicht trenn. Oh, ich hab aus dem Ding gedrückt. War dumm. Äh. Ja, das hätten wir sowieso nicht geschafft vielleicht. Wir hatten noch 15 Sekunden für zwei weitere Module. Ja? Es muss jetzt schneller gehen. Ja, nice. Wir sind nicht die Besten. Okay, wir machen nochmal A, B, C Kabel. Fangen wir an. Ja. Rot B. Nicht trenn. Schwarz B. Nicht trenn. Blau A. Nicht trenn. Blau B. Nicht trenn. Boah. Schwarz B. Nicht trenn. Schwarz B. Trenn. Blau C. Nicht trenn. Oh, Rot C. Äh. Nicht trenn. Schwarz B. Schwarz B. Nicht trenn. Okay. Komplizierte Kabel. Rot, Licht, Stern. Und eben Blödsinn brauchen wir nicht. Symbole. Vier Stück. Raute, Omega, AE, Kronleuchter. Raute, Omega, AE, Kronleuchter. Warte, ähm. Raute, Omega, AE, Kronleuchter. Ja. Raute, Kronleuchter. Nein, Raute, AE, Kronleuchter, Omega. Das machen wir doch gleich nochmal, ja? Danach hatten noch normale Kabel gefehlt und wir hatten noch 13 Sekunden. Ah, okay. Also wir haben wahrscheinlich immer normale Module, Keypad mit den vier Symbolen, äh, komplizierte Kabel und ABC, die immer die vier Sachen waren bisher, ne? Ich glaub schon, ja. Ich seh's nicht. Ja, es waren bisher immer die Sachen, das hast du doch selber gelöst. Hast du da irgendwie ne gute Strategie, Reihenfolge, wie wir's irgendwie machen? Womit wollen wir anfangen? Wenn's mal die vier Sachen sind. Komplizierte Kabel. Komplizierte Kabel zuerst, okay. Komplizierte Kabel fangen wir dann an. Ja. Blau. Äh, nee, doch blau. Einfach nur blau? Einfach nur blau. Äh, letzte Ziffer der Seriennummer. Oh Gott, das soll ich immer zuerst angucken. Wo ist denn die? Äh, drei. Äh, nicht trennen. Okay, Rotlicht. Rotlicht. Einfach nur Rotlicht? Ja. Rot und Licht. Äh, nicht durchtrennen. Okay, dann muss ich das letzte... Irgendeins der beiden muss man durchtrennen, weil es ist nicht gelöst. Entweder blau oder Rot und Licht. Nun, wir schaffen wir Zeit nicht. Kappen Sie das Kabel, wenn die letzte Ziffer der Seriennummer gerade ist. Ja, die ist drei. Und nur bei nur blau? Das ist ja bei nur blau. Und bei Rotlicht? Ach, bei Rotlicht. Oh lol. Rot und Licht, hab ich gesagt. Ja, ich hab... Einfach nur an Licht. Ja, ich hab's durchgeschnitten, aber es schaffen wir zeitlich nicht mehr. Naja. Warum? Hab ich falsch verstanden. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Aha, noch 50 Sekunden. Also einen schnellen Try können wir noch reinmachen. Wenn, dann haben wir 30 Sekunden Überzug, also naja. Okay, also komplizierte Kabel. Äh... Ich seh noch nichts. Rot. Einfach nur Rot. Ne, Moment, Rotstern. Rotstern. Rot, ne, Moment, deshalb heiße ich doch Rotlicht. Rotstern weiß ich doch durchstrennen. Rotlicht. Ja. Mehr als zwei Batterien oder zwei? Äh, ja. Durchtrennen. Okay. Rotsternlicht. Rotstern und Licht. Hm. Äh... Durchtrennen. Okay, war gelöst. Äh, A, B, C. Schwarz, C. Schwarz, C. Ja. Äh, durchtrennen. Rot, C. Durchtrennen. Blau, A. Nicht durchtrennen. Blau, B. Nicht. Rot, C. Nicht. Rot, B. Nicht. Rot, C. Ja. Blau, A. Nicht. Blau, äh, Rot, C. Rot, C. Ja. Nicht. Ich hab draufgedrückt, aber die Zeit war eh, wir waren eh schlecht in der 2. Hab das Gefühl, wir schaffen das nicht. Das schaffen wir schon. Komm, wir hatten noch 15 Sekunden und wir brauchen nur noch zwei weitere Module, also. Easy. Ha, stimmt. Nichts leichter als das. Aber ich glaube nicht, dass bei so kurzer Zeit eine weitere Person wirklich helfen würde. Die dir ja helfen. Weiß ich, wenn. Weißt du? Wenn du dem einen sagst, was du für Kabel hast, schon mal. Ja schon. Aber ich meine, das wird mehr helfen bei solchen Sachen, wie du hast elf Module in sechs Minuten. Ich meine, da wird es viel mehr helfen. Also ich bin dafür, dass wir das schaffen. Das einzige, wo ich bereit bin aufzugeben, bisher ist I am Hardcore, weil das ist elf Module in fünf Minuten, statt in sechs Minuten. Das heißt, wir müssten noch mal 48 Sekunden schneller sein. Hm. Und das schaffen wir nicht. Wahrscheinlich. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen, würde ich sagen. Und, ne? Nicht vergessen zu winken. Jetzt habe ich morgen Krämpfe. Tschüssi. Bis dann und tschüssi.